So Leute, da sind wir beim nächsten Blackie Talk und wie ihr seht geht es um Tournament Organization-TOs. In diesem Blackie Talk will ich ein bisschen darauf eingehen, erstens was TOs überhaupt sind, was ihre Aufgaben sind, was wir von TFOs erwarten als Spieler und was wir als TOs, weil in meinem Fall ist es halt wirklich, dass es beides ist, den Spielern geben können und was ihr davon habt, wenn ihr euch mit uns auseinandersetzt und mit uns redet. Aber zuallererst, wenn hier das hochkommt, wir haben Freitag, nächste Woche Sonntag bin ich in Berlin wahrscheinlich auf einem Legacy-Turnier, ein ganz kleines Turnierchen, geht nur um den Duel, Eintrittspreis sind glaube ich 5,8 Euro, ich habe ein paar Informationen dazu in die Videobeschreibung gepackt, wenn euch das interessiert, könnt ihr da mal reinschauen, ist eigentlich ganz cool und ihr wisst, Legacy ist mein Format und wir reden heute über Tournament Organization und naja, da darf das natürlich nicht fehlen, wenn ich in Berlin auf einem privaten Turnier bin. Dementsprechend gucken wir mal rein. Zuallererst die Frage, was ist ein Tournament Organizer überhaupt? Wer ist alles ein Tournament Organizer? Theoretisch ist ein Turnierorganisator gleichzeitig schon die Person, die das Draftbooster-Display kauft und sagt, hey, lass mal Mittwoch treffen zum Draftspiel. Ich habe das Display gekauft, wir setzen uns zusammen, wir haben Spaß und jeder gibt mir sein Geld und dann haben wir Spaß und Draft. Das ist ein Turnierorganisator. Damit hat er schon sein erstes Turnier organisiert. Ja, das war dann der Blacky Talk. Auf jeden Fall haben wir den Punkt, dass wir als Turnierorganisatoren viel, viel mehr beachten müssen. Als Turnierorganisator sind eben all diese Personen anzusehen, die sich in kleinem und im großen Stile wirklich darum kümmern, ein Turnier zu organisieren. Das kann von einem ganz, ganz kleinen Acht-Mann-Turnier irgendwo in der Valapampa sein, über einen mittelmäßig großen Store oder mittelmäßig große Privatinteraktion mit 20, 30 Turnieren bis hin zu 150, 200 Leute, wie sie teilweise im Bottrop rumlaufen in einem privat organisierten Turnier bis hin zu Card Market Series, oder Jahresend-Event oder Jahresanfang-Event von JK oder bis hin zu Grand Prix, nee, das heißen ja auch nicht mehr Grand Prix, die heißen ja jetzt Magic Festival oder so, sowas in der Art. Auf jeden Fall bis hin zu diesen riesengroßen Turnieren. Und all diese Turniere, ob jetzt ganz, ganz klein, im Wohnzimmer mit sechs, sieben Leuten oder auf einem riesen Plattform mit tausenden von Leuten, brauchen Organisatoren. Je nachdem, manchmal vielleicht mehr als einen. Aber genau das ist es halt. Es sind Organisatoren, die Spaß daran haben, am Turnier organisieren und an etwas der Community geben. Weil gerade die privat organisierten Turniere geben selten Geld ab. Meistens sind die Organisatoren selber ein bisschen mehr, fast schon auf Dramm draufzahlen. Auf der anderen Seite, die von Store-organisierten Turnieren sind meistens ein bisschen teurer, weil die Leute müssen ja bezahlt werden, die das organisieren. Ein Mensch arbeitet selten, ohne Geld dafür zu bekommen. Gerade nicht, wenn das ihr Hauptjob ist. Viele Leute vergessen ja, dass gerade Tournament-Organizer bei großen Stores, das ist denen ihr Job. So wie ihr morgens, keine Ahnung, an eure Maschinen geht oder in die Schule und Leuten das zeigt oder in der Schule und lernt, das ist denen ihr Job. Das tun die, um zu überleben. Und das müssen sie natürlich auch irgendwie reinholen. Wie gesagt, es ist selten, dass ein Tournament-Organizer sagt, gerade die Privaten, hey, ich will unbedingt Geld damit verdienen. Aber Stores müssen damit Geld verdienen, weil sie werden dafür auch Sachen bezahlen müssen. Und damit kommen wir zum ersten Punkt. Was erwarten wir von Theos? Theos, hier in diesem Fall Kurzform für Tournament-Organisator. Wir erwarten eine ganze, ganze Menge und die Theos müssen das teilweise ziemlich heftig liefern. Zum allererst, wir wollen eine saubere Location. Teilweise ist es gar nicht so einfach und da fängt es teilweise schon an, dass es schwierig ist, eine saubere Location zu finden. Was schade ist, aber tatsächlich oftmals ein Problem. Wir wollen eine große Location, wir wollen Stühle haben, Tische haben und so weiter. Wer baut die denn auf? Ja, okay, das heißt, wir brauchen Leute, die die Tische aufbauen. So klein fängt es an bei den Theos. Ich will jetzt nicht mit euch darüber reden, wie man so ein Turnier organisiert. Das können wir mal wann anders besprechen. Wenn ihr Interesse daran habt, dann könnt ihr das in den Kommentaren schreiben oder mir irgendwie bei Instagram, Facebook, Twitter, Discord. Bitte nicht per PN-Discord, schreibt es einfach in den Radio Offenica Discord. Da sehe ich es dann auch. Wenn ihr Interesse daran habt, da mal drüber zu reden, was man alles so braucht, um ein Turnier zu organisieren, gerne. Ich werde auf so ein paar Sachen eingehen, aber natürlich bei weitem nicht alles. Wenn wir die Tische haben, brauchen wir natürlich auch, naja, so Kleinigkeiten, wie jemand, der sich mit den Regeln auskennt, in das Turnier leitet. Also brauchen wir Judges. Ein bis zwei Stück, je nach Größe des Turniers, vielleicht sogar drei. Auf einem Grand Prix vielleicht ein paar mehr als drei. Aber Home reicht oftmals eine. Und naja, diese Judges wollen auch bezahlt werden. Ich habe jetzt in der Zeit wieder öfter Stimmen gehört, die gesagt haben, Hä, Judges, warum soll ich die bezahlen? Also, was? Ihr wollt doch, dass die Leute für euch arbeiten. Es ist denen ihre Lebenszeit, die sie euch schenken dann. Ich gehe auch nicht zu meinem Chef und sage, hey, ich arbeite gerne Überstunden und bekomme die nicht bezahlt. Natürlich sind wir als Judges Leute, die an Judgen Spaß haben und die auch wirklich Spaß daran haben zu Judgen, aber das ist ein Job. Und jeder sollte für seinen Job bezahlt werden. Nur mal so am Rande. Grundsätzlich brauchen wir einen Scorekeeper, jemand, der sich halt darum kümmert, dass Ergebnisse eingetragen werden. Das können zum Beispiel in Stores, kann es der Store-Owner sein, in kleinen Stores. Bei größeren Turnieren ist es oftmals so, dass da ein eigener Scorekeeper für sitzt, der wirklich nur um das Eintragen und Austragen der Spieler kümmert. Und bei ganz kleinen Turnieren macht der Judges meistens selber, dass er selber die Ergebnisse einträgt und macht, gerade mit der Event-Link und Companion-App und so. Super geiles Teil, hilft immens. Aber ja, braucht man trotzdem jemanden, der sich darum kümmert. Dementsprechend haben wir da schon wieder Personen, die wir bezahlen müssen und die da sind. Und so langsam wird es voll mit der Organisation. Wir erwarten von TOs, dass sie einen Preispool liefern. Weil, warum gehe ich auf ein Turnier? Ich gehe auf ein Turnier, um mich mit anderen zu messen. Ich gehe mich nicht auf ein Turnier, um irgendwie 5 Euro zu bezahlen und 2 Euro zu bekommen, weil ich Erster geworden bin. Sondern ich will mich mit anderen messen. Ich will was davon mitnehmen. Sei es irgendein kleiner Pokal am Ende von der Liga oder ein Pokal pro Turnier oder ein paar Würfel. Eine gute Karte, wie gesagt, Berlin zum Beispiel, ein Dual, super krass. Oder Ähnliches. Also, ich habe auch schon beim Trader um Duels gespielt und so weiter. Es war großartig. Es war wirklich, wirklich cool. Und da muss ich halt sagen, das ist schon nice, wenn wir dann zum Beispiel auch so Turniere wie Bottrop und so weiter mitnehmen. Der Preispool ist Wochen vorher bekannt. Das muss ein Turnierorganisator aber vorher organisieren, durchkalkulieren. Weil gerade die Privaten, naja, die haften mit ihrem eigenen Geld. Mit dem, was sie auf ihrer Arbeit verdienen. Und das ist halt auch nicht so geil. Hingegen jetzt zum Beispiel so ein Store, der halt damit kalkulieren kann. Der hat da wahrscheinlich mehr Erfahrung mit. Dementsprechend kann es da sein, dass sie ein bisschen besser daran sind, Sachen zu kalkulieren. Vielleicht. Und wenn wir dann den Preispool haben, dann wollen wir als Spieler natürlich auch ein sauberes Turnier haben. Wir wollen ein strukturiertes Turnier haben. Wir wollen eine Idee haben, wo wir anfangen und wo wir enden. Auch das am besten im Voraus bekannt. Und dann haben wir immer noch nicht geklärt, welches Format wir spielen. Wie wir Werbung schalten. Wie wir überhaupt irgendwie mit den Spielern interagieren als TOs. Und wie die Spieler da hinkommen und davon wissen. Und schwierig. Es ist wirklich schwierig. Es ist eine Menge, was Spieler von TOs erwarten. Wir haben vor allem den Punkt, dass ganz, ganz viele Spieler, wie Wizard so schön sagt, preissensitiv sind. Das heißt, wenn der Preispool nicht stimmt, kommen die Spieler nicht. Wenn der Eintrittspreis zu hoch ist, Durchschnitt ist hier zwischen 10 und 20 Euro, ist es für Spieler schon sehr abschreckend. Da muss schon einiges dahinterstehen. Und das muss früh bekannt sein, dass da überhaupt Spieler hinkommen. Und es gibt so viele Möglichkeiten, da Sachen zu vergeigen. Kann ich euch das beste Beispiel schon erzählen. Und wir als Spieler haben oftmals auch diesen Gedanken, lohnt sich das da hinzufahren. Und wenn ich halt sehe, Eintrittspreis plus Spritpreis gibt gerade so den ersten Platz. Und ich rechne nicht damit, den ersten Platz zu bekommen. Dann fahre ich da nicht hin. Auch wenn Turniere für mich jetzt, also für mich persönlich, viel, viel mehr sind, als sich mit anderen Leuten zu messen. Ja, ich schneide auf Turnieren relativ gut ab. Aber ich muss dabei sagen, ich fahre auf Turniere, um Freunde zu treffen. Leute, die ich ewig nicht gesehen habe. Wie es mir im Herzen wehtut, nicht aktuell in Ruhrpott zu fahren. Und damit mit Leuten zu zocken, die ich kenne, weil bei uns so eine bescheuerte Brücke kaputt ist. Und es einfach sinnlos ist, da hochzufahren. Und ich es einfach aktuell von der Zeit her nicht schaffe. Gerade Samstags nicht. Samstags muss ich arbeiten. Dann Sonntags auf dem Turnier. Das ist auch sehr, sehr anstrengend. Und dann Montags wieder auf die Arbeit. Zeit, sechs Tage, Wochen und so weiter zu fahren. Das kann ich einfach aktuell nicht. Was mir wirklich leid tut. Nicht wegen den Turnieren. Klar, auch wegen den Turnieren, wegen Feeling und so weiter und so fort. Aber hauptsächlich wegen den Leuten. Weil oftmals sieht man die Leute nur da. Und da kommen wir zum nächsten Punkt. Wir als Spieler, wir brauchen mehr als nur, hier sind ein paar Karten spielt. Wir müssen uns überlegen können, was essen wir, was trinken wir, wo reden wir mit Leuten, wo parken wir. Alles drumherum ist so unendlich wichtig. Und es macht eine Location so viel interessanter, wenn ich in der Nähe parken kann. Wenn es, keine Ahnung, geilen Nudelsalat mit Hähnchenwings gibt für ein paar Euro. Aber das ist keine Pflicht. Es ist etwas, was die Spieler natürlich toll finden, aber wir als TOs vielleicht nicht unbedingt auf dem Schirm haben oder als Pflicht ansehen. Und es ist auch nicht unbedingt unsere Pflicht. Es gibt genug Turniere, wo das nicht der Fall ist, wo man vorher sagt, Hey, wir fangen um 12 an, 16.30 Uhr sind wir fertig, wo ihr parkt, euer Problem, es gibt nichts zu essen, wir spielen, keine Ahnung. Modern Competitive, gib ihm. Gibt's genug. Und die laufen auch gut. Und das finde ich das Interessante. Tournament Organizer haben eine Menge Druck und bekommen von ihren Spielern ganz, ganz selten wirklich das gesagt, was die Spieler wollen. Sondern meistens geht eher so ein, äh, warum hast du das nicht? Äh, was war da viel geiler? Und sie werden sehr stark verglichen mit anderen Leuten. Selbst ich vergleiche hier die ganze Zeit Turniere von verschiedenen Organisatoren und verschiedenen Organisatoren. Und ihr wisst, was ich meine. Und mache das aus einem ganz einfachen Grund, weil Spieler das tun. Man kann natürlich jedenfalls sagen, ach, was der Nachbar links von mir macht, ist mir egal. Sollte es nicht sein. Turniere sind immer Community-Sache. Und wenn ihr in eurer Area zwei, drei große Turniere habt, die immer wieder feuern, über Monate, Jahre hinweg. Dann werdet ihr mit einer Community ändern, die super stark competitive ist, die aber auch sehr, sehr loyal und treu ist. Immer da ist. Aber bei Stores ist es halt so, da muss man sich halt überlegen. Also gerade bei den kleineren Stores muss man sich überlegen, okay, welche Preis kann man rausgeben? Kann man überhaupt aktuell Standardbooster rausgeben? Oder ist Standardaktuell einfach Müll und man weiß gar nicht, was man rausgeben soll? Okay. Da ist nicht Müll. Aber ihr wisst, was ich meine. Weil man muss es ja kalkulieren können. Und bei den großen Stores kann so ein Event mal in die Hose gehen. Es kann mal teurer werden für den Store oder ähnliches. Kein Problem. Kleine Stores können sich das nicht leisten. Und Privat-Tournament-Organiser hat noch viel, viel weniger. Deswegen finde ich es wichtig, dass wir als Spieler wirklich anfangen zu differenzieren. Und wirklich auch die Leute nicht untereinander vergleichen. So, hey, bei dir zahle ich 15 Euro und ich habe einen mittelmäßig guten Preispool, weil du bist ein Händler. Und bei dem anderen zahle ich 5 Euro und habe einen geileren Preispool, weil der macht das im Dachboden von seiner Mama. Und nimmt 100% die Marge da rein. Oder zahlt am Ende noch was drauf. Und ja, das ist halt wirklich ein Punkt, den muss man mit einbringen. Gerade wir als Spieler machen den Fehler ganz, ganz oft und den sollten wir nicht machen. Also haben wir jetzt geklärt, was ein Tournament-Organiser ist. Was so ein bisschen seine Aufgaben sind und was die Spieler von Tournament-Organisern erwarten. Jetzt kann man sich natürlich fragen, okay, was bringt mir das überhaupt? Ich kann das doch selber machen. Ja, kannst du. Dann bist du ein Tournament-Organiser. Wenn es jetzt nicht ganz so fix darstellt, kann man halt sagen, was bringt es mir, einen Tournament-Organisator zu haben? Was bringt es einem Store? Was bringt es einer Community? Jemanden zu haben, der sich darum kümmert, das Turniere feuern, der sich wirklich um alles kümmert. Und was bringt es der Community? Ziemlich viel. Die Community lebt von solchen Menschen. Weil der Store-Owner ist genauso ein Mensch von dem kleinen Store. Von dem mittleren Store auch. Von dem großen Store auch. Weil am Ende des Tages sind diese Turniere das, was die Community im Store zusammenbringt. Und nur das ist wichtig. Wir haben eine Möglichkeit, hier Menschen zusammenzuführen als Tournament-Organisatoren. Wir haben eine Möglichkeit, Menschen Freude zu schenken und gleichzeitig auch Ziele zu setzen. Und das ist sowas Schönes. Das hat man so selten einfach in der Welt mittlerweile. Dass ich das einfach gerne mache. Wir haben uns in Siegen zweimal im Monat Legacy-Turniere. Das ist einmal am Freitag. Erster Freitag im Monat ist so kleines Friday-Night-Magic. Und dann noch einmal den dritten Samstag im Monat. Außer jetzt einmal. Da ist es ein bisschen kompetitiver. Da sind die Preise ähnlich. Nicht so krass wie die anderen. Weil wir es uns halt nicht leisten können. Krasse Preise da reinzusetzen. Die Leute kommen trotzdem. Ich bewerbe das Event immer wieder. Wir haben standardmäßig 14 plus Leute da. Bis hin zu 20 Leuten. Und ja, das läuft. Das hat aber auch jahrelange Zeit gekostet. Und eine Community, die das aufnimmt, dass man sich zusammensetzt. Dass man mit der Community Turniere ersetzt. Dass man sagt, hey, wir machen jetzt eine Liga. Bei der Liga nehme ich mal aus meinem eigenen Geld gerade drei Pokale raus und ein bisschen was an Kleinkram und verschenke das in die ersten drei. Was sind diese drei Pokale und so ein bisschen was an Geld oder halt an irgendwelchen anderen Wertsachen im Gegensatz zu dem Fun, den wir jetzt über Monate, dieses ganze Jahr hinweg hatten. Das komplette Jahr. Das ist großartig. Und diese Möglichkeit, das, was wir als TOs eben geben können, der Community, ist einzigartig. Wichtig ist allerdings, dass wir neutral der Community gegenüberbleiben. Keine Community ist perfekt. Jede Community hat seine Stärken, seine Schwächen oder ihre Stärken. Ihre Schwächen, das ist, glaube ich, ihre ist besser. Und es gibt nun mal Leute, mit denen kann man vielleicht nicht so gut umgehen. Die mag man vielleicht noch nicht mal. Ich kann ja auch nicht sagen, ich mag jeden Menschen. Also, ich kann das sagen. Ich kann mich entscheiden und sagen, ey, ich mag jeden aus meiner Community. Bitte liked und abonniert mich. So geht das doch, oder hier? Auf jeden Fall, es gibt, glaube ich, selten Menschen, die wirklich jeden anderen Menschen leiden können. Die gibt es selten und das ist auch gut so. Aber wir als Tournament-Organisatoren haben dafür zu sorgen, dass A, wenn Spieler A und Spieler B sich nicht leiden können, diese trotzdem am Turnier teilnehmen. Beide. Ansonsten machen wir einfach eine Community kaputt. Oder wenn wir als Tournament-Organisator Spieler A nicht leiden können, haben wir diese Pille zu schlucken. Solange diese Person nicht aktiv mit volltrunken Kaffeebecher durch die Gegend werfend, keine Ahnung, Bierflaschen kickend in die Gegend, Karten zerreißend durch die Gegend läuft oder andere Leute beleidigt oder sie wirklich unwohl fühlen lässt oder ähnliches. Solange das nicht der Fall ist, und das habe ich, glaube ich, kaum erlebt. Wirklich kaum. Ich sage nicht nie, kaum. Dann haben wir als Tournament-Organisator nicht diese Person zu haten oder sonst was, nur weil wir persönlichen Probleme damit haben. Und das ist etwas, was ich immer und immer, über Jahre hinweg immer wieder sehe. Und es passiert immer und immer wieder, dass Leute in ihrem Kosmos des Tournament-Organisators auf einmal ein bisschen größenwahnsinnig werden. Das ist mir auch schon passiert. Bin ich ehrlich? Und das kann ja auch passieren. Nobody's perfect. Weil, naja, wir sind auch nur Menschen und wir wollen ja eigentlich auch das Beste für alle. Und wenn uns da mal jemand auf den Sack geht, dann kann er uns auf den Sack gehen. Dann können wir uns auch ein bisschen menschlich verhalten. Aber wir müssen immer noch damit berechnen, dass wir ein Image verkörpern als Tournament-Organisator. Wenn ich sage, hey, der Tournament-Organisator, das ist ein Arsch. Und dem sein Turnier ist zwar ganz cool, aber der ist ein Arsch. Dann will ich da nicht hin. Wenn ich aber sage, hey, die Community ist super. Der Tournament-Organisator ist super. Und ich hatte mal ein kurzes Gespräch mit ihm. Er fand irgendwas nicht cool, was ich gemacht habe. Ich fand was cool, was er nicht gemacht hat. Keine Ahnung. Ich habe mich beschwert, dass die Chicken Wings zu trocken sind oder sonst was. Und dann sind wir weitergegangen und alles ist wieder super. Dann ist es kein Problem. Man kann aneinander geraten. Wir sind Menschen. Aber das ist was, was mir immer wieder auffällt. Dass Leute gerade so auch teilweise super allergisch auf irgendwelche Aussagen reagieren. So, auf deinem Turnier ist das Essen aber nicht so gut. Ja, nehme ich mit. Arbeite ich dran. Es tut mir leid. Und dann gibt es Leute, die darauf reagieren und sagen, mein Essen ist voll toll. Wir haben das und das da. Was willst du denn von mir? Ist jetzt nur ein Beispiel. Aber es ist etwas, was ich erlebt habe. Und das ist traurig, wenn ihr mich fragt. Wirklich, wirklich traurig. Deshalb an die Tournament-Organisator da draußen. Achtet auf euer Image. Und da gibt es so viele Sachen, die da reinspielen. Also die Tournament-Organisatoren sind so hart under pressure. Und da finde ich auch, müssen die Spieler auch immer und immer wieder auch sich selber hoffentlich daran erinnern, dass diese Tournament-Organisatoren das eben aus Spaß machen. Aus wirklicher Freundlichkeit. Und das zählt dann genauso für die Spieler, die sagen, hey, nee, der Tournament-Organisator ist voll doof. Oder irgendwie sind die Preise doof oder sonst was. Ja, vielleicht geht es gerade nicht anders. Vielleicht leben wir in einer Welt, in der alles teurer wird. Und wir dann eben nicht mehr, keine Ahnung, 70 oder 80 Prozent Preisausschüttung machen, sondern 50 Prozent, weil wir es anders als nicht leisten können. Das sehen die Leute teilweise nicht. Das ist schade. Aber das ist genau der Punkt. Und Spieler wollen Turniere. Tournament-Organisatoren wollen den Spielern Turniere geben. Und beide Seiten haben so viele Fettnäpfchen, die sie reintreten können. Deshalb freue ich mich gerade auch so ein bisschen, dieses Video zu machen. Auch wenn es nicht so das längste wird, der längste Blackie Talk, bin ein bisschen fertig und ein bisschen in Verzug. Ich nehme das jetzt Donnerstagabend auf. Morgen früh muss das Ding online sein. Und ja, Arbeit schlaucht, habe ich gerade eben schon mal was so gesagt. Und es gibt einfach so ein paar Regelungen, an die auch ein Tournament-Organisator, genau wie ein Judge oder genau wie ein Store-Owner sich ein bisschen halten kann, aber nicht muss. Es gibt so ein kleines Knicke. Es gibt zum Beispiel das Knicke, wenn du als Organisator in deinem eigenen Turnier teilnimmst. Das ist schwierig. Es gibt Turniere, da funktioniert das. Grundsätzlich würde ich sagen, nicht so der geilste Move. Ich mache mich dessen Under-One schuldig. Ich spiele so gerne meinen eigenen Turnieren mit und organisiere die und mache dann und tue dann. Ist halt so. Also wir sind ja auch nur Spieler. Die meisten Tournament-Organisatoren sind ja auch Spieler. Es gibt ganz wenige Tournament-Organisatoren, die nur Tournament-Organisatoren sind. Aber eigentlich haben Tournament-Organisatoren nicht in ihrem eigenen Spiel mitzuspielen. Vor allem nicht. Das ist halt auch der Punkt, wenn sie dann am Ende gewinnen. Das ist immer ein bisschen seltsam. Mir auch schon, wie gesagt, ein paar Mal passiert. Es ist auch bei anderen Turnieren, wo ich teilgenommen habe, wo ich sage, ach, es fühlt sich schwierig an. Es ist aber, es ist halt nur ein Knicke. Es gibt halt nirgendwo den Verbot, dass du nicht mitspielen kannst. Und gerade im Casual-Bereich ist es ja noch etwas ganz anderes. Da spielen selbst teilweise die Judges mit. Warum auch nicht? Wenn im Competitive-Bereich ein Judge mitspielt, auch da mache ich mich manchmal schuldig, mitspielt und gleichzeitig Judges, geht eigentlich gar nicht. Geht wirklich gar nicht. Wenn es ein kleines Achtmann-Wir-Sitzen-Zusammen-Turnier ist und man ausruft, dass man nach Competitive-Regeln spielt, einfach nur, weil man alles nach Competitive-Regeln spielt, weil man einen sehr seltsamen Bezug zu Competitive hat, dann kann man halt auch mal mitspielen als Judge. Wir als Tournament-Organisatoren, als Spieler, als Judges, als Magic-Community müssen halt schauen, wie wir es machen. Also wenn ein Grand Prix-Tournament-Organisator auf einem Grand Prix mitspielt, eigentlich hat er was Besseres zu tun, als da mitzuspielen. Und auf dem Grand Prix die Judges, die da mitspielen würden, ne, werdet ihr auch nicht erleben. Deswegen, es gibt hier verschiedene Level von Tournament-Organisatoren. Und wo ihr euch einordnet, müsst ihr selber sehen. Ich ordne mich selber halt bei den kleinen Communities, den kleinen Stores ein, so, wie gesagt, Turniere zwischen 10 bis 20, vielleicht 25 Mann. Also 10 bis 25 Mann, so ein kleines Turnier, da kann man vieles mit machen, doch viel Spaß haben. Und trotzdem auch teilweise mal mitspielen, mal hier was machen, was da machen. Das ist schon okay und cool. Wenn ihr jetzt natürlich sagt, hey, also wir machen halt 200-Mann-Turniere, easy peasy, das ist eine ganz andere Hausnummer. Oder Grand Prix. Oder wenn ihr sagt, hey, wir machen mit 8 Leuten daheim irgendwie ein Draft, Casual Draft oder spielen Casual Standard, 60 Karten Decks. Dann ist das was ganz anderes. Deshalb ist auch nicht jeder Tournament-Organisator gleich oder gleichzusetzen mit irgendeinem anderen Tournament-Organisator. Jedes Turnier ist einzigartig. Und jedes Konstrukt, die wir als TOs anfangen aufzubauen, kommt immer aus einer Idee heraus, immer aus einem Faktor heraus, dass wir sagen, hey, wir wollen was machen. Deshalb alles, was ich hier so sage, außer vielleicht das mit dem Image, dass man sich nicht mit seiner eigenen Community sich verscherzen sollte, ist wirklich eine Art von Knicke, Angabe, so, was, wie ist das, worauf sollte man achten und sonst was. Und, naja, dieses, was Spieler wollen, ist halt auch ziemlich, ziemlich easy rauszufinden, wenn ihr selber euch überlegt, was wollt ihr auf einem Turnier haben, wenn ihr auf ein Turnier geht. Und, wenn ihr dann anfangt, ein Turnier zu organisieren oder auch selber mal was versucht, weil bei euch dagegen kein Local Game Store ist oder der Local Game Store doof ist oder ihr denkt, hey, ich will das machen oder ihr gerade frischen Local Game Store aufgemacht habt oder, 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 oder. Es gibt ja tausend Gründe, warum man TO werden will oder TO sein möchte oder, oder sonst was. Oder wenn ihr zu einem großen Store angeht und sagt, hey, ich würde das gerne machen, könnt ihr mir das zeigen und im Notfall einstellen oder sonst was. Warum nicht? Es gibt halt diese Art und Weise, damit umzugehen. Auch von großen Stores. Also, ich kenne eine Menge große Stores, die einen eigenen Tournament-Organisator eingestellt haben. Das ist zwar dann nur ein Teil seiner Arbeit, aber es ist seine Arbeit. Auch hier wieder, davon leben Menschen, die wollen bezahlt werden. Niemand arbeitet gerne umsonst. Niemand. Und da haben wir es dann am Ende. Am Ende des Tages sind wir alle eine Community, die Turniere spielen möchte, an Turnieren teilnehmen möchte, mit Turnierorganisatoren interagieren möchte, die einen sauberen Ablauf haben möchten. Und das Ganze für, ich möchte nichts bezahlen und tausend Preise bekommen und warum müssen Judges bezahlt werden und der TO braucht doch auch kein Geld dafür und, und, und. Es ist ein super schwieriges, super, super komplexes Konstrukt, sage ich mal. Und ich möchte mit diesem Blackie-Talk weniger dieses Konstrukt auflösen. Ich bin ja selten bei Blackie-Talks so, dass ich dann irgendwas erkläre. Dafür habe ich die Blackie erklärt. Es geht eher darum, dass ich Sachen anspreche, dass ich Themen anspreche, ein bisschen Awareness schaffe darüber, was, naja, vielleicht nicht offensichtlich ist. Wie zum Beispiel, behandelt eure Tournament-Organisatoren mit Bedacht. Weil natürlich kann man drüber meckern und sagen, öh, der ist doof, öh, der zieht die Preise so an, öh, der vergibt nur Schrott auf seinen Turnieren. Richtig. Was wäre denn, wenn das Turnier nicht mehr da wäre? Dann hättet ihr kein Turnier mehr. Dann geht mit dieser Person in Austausch. Dann sagt dieser Person, hey, das und das finden wir doof, warum ist das? Und dann wird die Person euch sehr wahrscheinlich sagen können, woran das liegt. Und wenn die Person sagt, hey, ich muss Geld verdienen, damit ich die Leute bezahlen kann, dann ist das so. Wenn man die Person sagt, hey, ich will selber Geld damit verdienen, weil ich will Geld damit haben, dann ist das so. Aber dann wisst ihr das. Grundsätzlich ist es so, dass ganz oft Turnier-Organisatoren ziemlich alleine dastehen und gerade die Privaten und wirklich nicht wissen, wie sie es anziehen müssen. Und da ist die Community so wichtig. Da haben die kleinen, kleinen, privaten, gerade die Privaten, halt einen riesen Vorteil, weil sie sind meistens Teil der Community, kommen aus der Community und machen das für die Community. Dadurch haben sie einen sehr, sehr starken Community-Draht. Das haben Stores manchmal nicht. Und diese ganzen Punkte, diese Awareness schaffen so, was haben Theos für ein Knigge, woran heilt sich mein Theo und warum hält er sich nicht da dran? Es gibt genug Theos, die euch das argumentativ wahrscheinlich sagen können und sagen, hey, ich habe das hier angefangen, weil ich mit meinen Leuten irgendwie was spielen wollte und das ist einfach so gewachsen. Oder sie sagen halt, hey, ich will ja auch meinen Spaß haben, wenn ich hier schon kein Geld verdiene. Oder sie sagen, hey, ich spiele übrigens nicht mit, weil, dessen, dessen, deswegen. Und so viele Sachen, die einfach nur irgendwo angesprochen werden müssen. Und ich hoffe, hoffe wirklich, ich konnte das einigermaßen sortieren. Wie gesagt, aktuell bin ich ein bisschen fertig, das merke ich leider auch und bin deshalb nicht so strukturiert wie sonst. Ich hoffe, ihr konntet mir trotzdem folgen. Wenn nicht, wenn ihr weitere Anmerkungen habt oder sonst was, schreibt es mir bitte, bitte, bitte unten in die Kommentare oder Facebook oder sonst was. Und wenn das Video euch gefallen hat, könnt ihr das sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne positiv bewerten. Wenn es euch nicht gefallen hat, könnt ihr mir das genauso schreiben, was euch nicht gefallen hat, was vielleicht schlecht war. Habe ich vielleicht manche Ansichten völlig falsch? Habt ihr bessere? Habe ich Sachen rausgelassen? Habt ihr andere Erfahrungen gemacht? Was für Erfahrungen habt ihr generell mit Turnieren gemacht und Tournament-Organisatoren? Und vielleicht wollt ihr ja selber auch jemand werden. Und wollt euch Tipps abholen. Dementsprechend schaut da mal rein in die Kommentare. Vielleicht hat jemand Tipps. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Euer Blacks8. Ciao, ciao.